ich habe keinen bock mehr also polizei ist informiert guten morgen leute und willkommen zum ersten roadtrip video mit meinem neuen linienbus im hintergrund ja heute ist es soweit tatsächlich war die letzten tage ein bisschen krank ich bin auch immer noch ein bisschen angeschlagen aber da passt schon wir fahren wir bedeutet paul und ich zum feropolis vanlife treffen und werden dort einen stand haben mit events of germany ja wenn es auf germany hier ihr seht habe ich mal so ein bisschen beklebt den bus das ist welt der termin kann da auch bei youtube ein abo da lassen wir machen ganz coole roomtours von wands und so aber wir haben auch eine neue plattform gemacht und zwar könnt ihr dort community mäßig ja euch vernetzen untereinander könnt profile anlegen könnt bilder tauschen könnt sogar sehen wo die einzelnen vanlifer versteckt sind und so weiter und so fort und auf diesem feropolis vanlife treffen werden wir unsere neue app vorstellen die links dazu findet ihr natürlich unten in der beschreibung ja ich will auch gar nicht lange labern ich muss jetzt los wir haben zwölf uhr eigentlich hätte ich gestern schon da sein müssen aber wie gesagt mir ging es nicht so gut naja drückt mir die daumen dass das klar geht und ich nehme euch mit auf eine spannende reise im linienbus also viel spaß beim schauen bis später ja übrigens die erste tour heißt jetzt tanken oh gott dein platz ist da unten auf runter ich bin hier der busfahrer nicht du prima so ich habe mir übrigens ein bisschen verstärkung mitgebracht damit wir ein bisschen musik haben und jetzt werde ich jetzt erst mal hier tür zu nein pauli du musst da runter bitte 2000 jahre später da war einfach ein strich weg und ein strich sind einfach 63 liter wie assi ist das denn unfassbar tank ist voll jetzt starten wir die möhre mal wieder der erste stau prima ich glaube meine reifen ist geplatzt leck mich am arsch ok leute ich habe jetzt gerade mal die unfallstelle abgesichert hier bringen wir mal reifenteile rum das gibt es doch nicht ey warum warum zur hölle war mir das klar das ist so dass das sowas passiert warum das gibt es doch gar nicht aber hier vorne ist eine notrufsäule ja ich habe noch nie in meinem leben und ich bin jetzt schon wirklich seit bestimmt 33 33 ungefähr 18 jahre lang auto gefahren hat man nie so eine notrufsäule benutzt ihr seid live dabei hallo dominiks freund ist hier grüß sie können sie mich verstehen ich verstehe super schlecht ja ok also es ist nicht wahnsinnig viel passiert außer dass ich mit meinem linienbus unterwegs bin und ein reifen platzer habe genau wir stehen auf dem standstreifen 2 sekunden die fahrbahn ist sauber und frei ja ne ist es keiner verletzt nein nein sehr schön auf der autobahn a4 genau auf der a4 das ist kilometer 327.2 richtung eisenach richtung eisenach genau freund wieder freund dominik warnträg und die lampe habe ich rausgestellt gut dankeschön bis dann tschau ja also ich weiß nicht ob ihr es verstanden habt auf jeden fall gehe ich jetzt erstmal hier hinter die leitplanke die schicken mir jetzt halt jemand vom truck service ich habe natürlich auch keine adrc truck service scheiße oder sowas am start natürlich nicht wenn ihr den herrn freundschlip erstmal losfahren mit der gurke und dann schauen wir mal wo die reise hingeht das ist ja wie immer eigentlich ja 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 prima it's how it is ich bin auf jeden fall froh die maike ist nämlich mit ihrem sprinter hier unterwegs noch und die ist hinter mir gefahren hat gott sei dank recht schnell reagiert da chillt sie und wir warten jetzt auf den truck service was anderes können wir jetzt nicht machen also bis gleich ja ist natürlich immer gut wenn man leute dabei hat die ein eisfach im van haben ich habe ja hier gar nichts am start schön dass du da bist jetzt gibt es erstmal ein leckeres eis und gleich ruft mich der pannenservice zurück und dann schauen wir mal ob die einen reifen beibekommen ähm genau und dann geht es hier weiter man muss immer was besser draus machen aus jeder situation ist so kurzes status update wir warten jetzt hier seit ungefähr einer stunde ich habe ja mit dieser orangenen notrufsäule telefoniert mit dem abschnitt service mit dem truck stop was weiß ich was keine ahnung äh das problem ist so ein bisschen der bus ist viel zu alt und hat halt so große alte reifen drauf keine ahnung und die hat keine auf lager das heißt ich habe jetzt noch eine einzige hoffnung der typ klärt das gerade recherchiert gerade was da drauf kann ja so heißt weiterhin daumen drücken und währenddessen machen wir es uns hier noch müssen auf der autobahn gemütlich wirklich ich hätte euch sagen können am anfang des videos hätte ich sagen können leute das wird ein richtig spannendes video naja schauen wir mal also weiterhin daumen gedrückt halten irgendwie kriegen wir das schnell ganz entspannt und ich bin halbfroh dass meike dabei ist dass sie sich wenigstens um die hunde kümmern kann und äh ja schauen wir mal wo die reise heute noch hingeht ok gute neuigkeiten die eine firma hat den reifen am start die kommen jetzt ungefähr anderthalb stunden brauchen die und ja dann wechseln wir den und dann können wir weiterfahren in der hoffnung dass es dann auch passt und so weiter das kann ich natürlich jetzt nicht sagen besser im grunde genommen ist es mir eigentlich egal also ich meine das ist natürlich scheiße und es kostet jetzt bestimmt 1000 euro aber ich kann weiterfahren und mir ist nichts passiert ja und paul geht es auch gut und das ist alles wichtig aber ich bin eh schon so marsch wegen meiner grippe und hänge jetzt hier auf der autobahn das ist echt alles das nervt mich ein bisschen aber gut ich lasse mich natürlich so schnell nicht unterkriegen es fängt nur jetzt gerade draußen an zu regnen und ich habe keinen bock draußen zu chillen deswegen bleibe ich jetzt illegalerweise einfach hier im auto sitzen was soll ich machen ist halt so aber normalerweise immer hinter die leitplanke und so naja ist halt so äh die meike kocht jetzt ein paar nudeln und dann machen wir hier ordentlich vanlife dinner auf der autobahn haha so jungs ihr haltet hier die stellung hey maike was machst du da es ist halt auch oft geil wenn man Camper ist wenn man sich einfach zu helfen weiß so wir müssen jetzt seit hier noch ewig warten also essen passen ja natürlich muss es jetzt regnen aber die nudeln sind gleich fertig die meike hat für alles eine lösung parat ich hätte mir den moment irgendwie anders vorgestellt wo man hier das erste mal im bus ist aber ich meine ist jetzt halt so ne na dann erstmal ordentlich nudeln reinschaufeln eine ewigkeit später leute da hinten am horizont die rettung naht drei stunden später ok leute die männer machen jetzt mal ihren job und ich äh mach einfach wie immer ich film das einfach mal ne ich bin so glücklich dass die da sind ohne scheiß ey haha so erstmal wird jetzt hier die fahrbahn ordentlich abgesperrt eigentlich wollte ich den bus gerade ein bisschen nach vorne fahren damit die hier so Luftkitzen drunter packen können funktioniert aber nicht weil der scheiß bus nicht mehr anspringt jetzt haben wir einfach noch einen größeren äh satten schlepper den Sprungschlag geholt äh wir versuchen jetzt irgendwie zu überbrücken und das ist ein richtiges chaos Leute so ne Situation wünsche ich keinem ehrlich absolute Katastrophe ich muss das natürlich auch alles filmen ne weil ihr wisst ja wenn scheiße passiert dann sprich einfach drüber ist wichtig das ist richtig richtig gefährlich hier leck mich am Arsch ey das ist anders aufregend alter Vater ey er springt einfach nicht an ich könnte heulen ey ehrlich so langsam ich hab ja wirklich immer gute Laune ne aber so langsam ist dann auch hier vorbei so entstehen übrigens Staus auf der Autobahn herzlichen Glückwunsch ich wollte immer mal jemand sein der für den Staus verantwortlich ist nicht tut mir echt leid Leute aber was soll ich machen ey so hier unten drunter ist jetzt so ein Luftkissen und damit wird jetzt die Karre angehoben und dann kann der Wagenheber drunter riemann riemann hervorragend hervorragend das sieht alles noch okay aus hervorragend aus ja ich bin ja hier Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mittlerweile haben wir 9 Uhr genau. Die Panne ist irgendwann um 3 Uhr oder so passiert, also wir stehen hier echt lange, das Rad ist wieder drauf, jetzt haben wir aber immer noch die Hürde vor uns, dass die Karre nicht anspringt. Ja, aber die Jungs sind zuversichtlich, die wollen den jetzt irgendwie anziehen oder so, also so quasi anschieben, wie früher. Ja, ne, wie früher. Wie früher. Ohne Gummihübersieger. Aber das sind auf jeden Fall die Jungs, die haben richtig Bock auf ihren Job, das merkt man, das man richtig spürt. Die sind nicht so unmotiviert wie der ADAC. Ohne Scheiß, ich hab nen richtigen Hass. Bin richtig, richtig, richtig sauer auf den ADAC. Ja, liebes ADAC, wenn ihr dieses Video sehen solltet, nix gut macht ihr da, nix gut. Der Bus hängt jetzt am LKW und die versuchen den jetzt anzuziehen nach ganz alter Manier. Hier ist der Alex, sitzt da drin und gibt alles. Zack, ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Er läuft! Er läuft! Er läuft! Er läuft! Er läuft! Leute, er läuft! Er läuft! Alex! Er läuft! Er läuft! Ohne Scheiß, seit über 6 Stunden stehen wir hier. Oh Gott, mir fällt gerade so ein Stein vom Herz. Leck mich am Arsch. Aber noch sind wir nicht am Ende unserer Reise, Leute. Oh Mann, ey. Okay, also, es läuft wieder. Wir räumen jetzt hier noch ein bisschen auf. Dann müsst ihr unseren Spielplatz auch ordentlich verlassen. Ich muss meinen Warndreieck wieder einpacken und die Lampe. Die Jungs räumen ihre Pylonen hier noch weg. Und dann fahren wir zu denen in die Firma, die Papierkram machen. Dann bin ich auf Lebzeitarm. Also wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, Paperlink ist unten in der Beschreibung. Scheiße, ey. Oh Mann, ey. Ich bin heilfroh. Ich bin heilfroh, dass es so ausgegangen ist bis jetzt. Aber es bleibt weiter entspannt, Leute. Weiter geht's! Ja, also wir sind jetzt hier bei CarTech. Das ist übrigens das Abschleppunternehmen. Die sind so krass kompetent und so freundlich. Unfassbar. Also ohne Maike und ohne CarTech weiß ich auch nicht. Hätte ich den Bus einfach in den Graben geschmissen und hätte gesagt, du kannst jetzt hier wohnen und dann ist alles gut. Ja, folgende Situation. Also der Bus fährt, das ist alles total super, aber er springt mit eigenem Willen nicht mehr an. Ähm, ich drücke auf den Knopf, die Relais klacken, aber er springt nicht an. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie an den Anlasser kommen und gucken, was der Anlasser macht. Ja, dazu schraube ich jetzt gleich da oben, da wo mein Bett steht, das muss irgendwie zur Seite und dann schraube ich da mal so eine Wartungsluke auf und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie an den Anlasser drankommen und ob man da irgendwas sieht. Vielleicht ist das Massekabel weggefault und gerade in dem Moment, wo ich so einen Schlag getan habe, ist es abgerissen oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Keine Entdrehung mehr hier. Achso, klopft da drauf. Einfach mal kurz draufklopfen, da läuft das. Ich denke, so wird es mit dem Anlass hoch werden. Also, mittlerweile mit 23 Uhr, Leute. Fakt ist, wir können es jetzt nicht mehr reparieren. Fakt ist aber auch, dass der Alex, der Abschleppmogul sozusagen, gerade mit seinem Schlepper diesen LKW hier angehängt hat. Der muss jetzt irgendwo, was weiß ich, wohin geschleppt werden. Und die haben noch eine Niederlassung in Apolda. Wir fahren jetzt einfach mit denen mit und fahren dann nach Apolda. So rum, genau. Sorry, das ist einfach zu viel, Leute. Wir fahren dann nach Apolda in diese Werkstatt. Dort werden wir pennen und morgen früh kommt der Alex und hat bei Mercedes, warum auch immer, was für ein Zufall schon wieder, eine Grube gemietet, wo wir morgen früh direkt mit dem Bus drauf können. Und da wird ein Angestellter von ihm, der sich ganz zufälligerweise mit Bussen auskennt, sich den Anlasser anschauen und das Problem versuchen zu beheben. Ey, wie gesagt, es ist einfach, es ist so typisch Freundschiff. Unfassbar. Diese Story ist echt krass. Aber ey, am Ende des Tages landen wir irgendwie irgendwann in Ferropolis. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe nämlich 25 Kisten Freibier dabei. Die müssen getrunken werden, Leute. Aber nicht mehr heute. Morgen. Morgen. Morgen, wenn wir da sind. Passt so? Rolf. Prima. Und damit einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und gute Nacht. Bis morgen. Good morning in the morning. Maika, hast du gut geschlafen? Sehr gut, wie ein Stein. Wie ein Stein. Ey, wir sind hier heute Morgen auf so einem Autofriedhof wach geworden, tatsächlich. Ich möchte gar nicht wissen, was da für Schicksale hinter stehen hinter diesen Autos. Deswegen gehen wir da auch gar nicht näher drauf ein. Aber wir haben heute Morgen schon fleißig Hilfe bekommen. Und der Mechaniker vor Ort hat sich mal dem Thema Anlasser angenommen. Und tatsächlich ist es so, dass, ich zeige euch das mal gerade, hier so die ganze Anlasser-Technik drin ist. Das ist das Anlasser-Relais zum Beispiel. Und diese Sicherung, die da, die war kaputt. Warum auch immer. Und das da sind zwei neue Batterien, weil die alten Batterien, die da, tot sind. Wir haben also versucht, dies zu überbrücken. Ja, aber dann haben die direkt angefangen zu kochen und so. Da geht gar nichts. Nachdem die Sicherung wieder drin war, habe ich versucht, den Bus zu starten. Er hat ganz, ganz langsam angefangen, den Anlasser zu jodeln. Also, am Anlasser liegt es nicht. Ja, jetzt gucken wir mal. Die Batterien sind jetzt hier im Nu getauscht. Boah, Leute, ey. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht können wir gleich weiterfahren, ey. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Das ist auf jeden Fall ein krasser Service hier, muss ich. Muss ich ja mal sagen. Also, wenn ihr hier aus der Nähe seid. Ich bin gerade in Apolda. Heißt das hier eigentlich auch alles Car-Tag. Ja, ne? Also, Car-Tag 24. Es gibt verschiedene Standorte hier in der Umgebung. Und wenn ihr da Hilfe braucht mit dem Kfz oder mit dem Lkw oder mit dem Linienbus. Checkt die Jungs auf jeden Fall mal aus. Wirklich Wahnsinn. Also, so gut und so schnell hat mir noch keiner geholfen. Echt. Okay. Darin sind drin. Daumen drücken, Leute. Ich bin gespannt. Spannung ist da. Na, Mensch. Wie am ersten Tag. Könnt ihr euch an die ersten Videos erinnern, wo der Bus immer so langsam angesprungen ist? Hat gar nichts mit dem Anlass zu tun. Da waren einfach nur die Batterien im Arsch. Neue Batterien drin und der Bums läuft. Ich bin glücklich. Jetzt, ey krass, ich bin richtig glücklich. Jetzt können wir endlich zum Veropolis fahren. Mann, wat ne Tortur. Aber, ihr seht mal wieder, es sind nicht oft die krassesten Probleme, sondern eigentlich Nichtigkeiten wie so eine Batterie, die mich jetzt aber auch 400 Euro kosten, ne? Großes Auto, große Probleme. Scheiß ist das alles teuer. Und die Rechnung von gestern, die habe ich noch gar nicht. Wir haben jetzt mittlerweile halb zwölf. Ich musste noch auf den Chef warten, auf den Alex, der uns gestern geholfen hat. Der war nämlich bis morgens um sechs unterwegs mit diesem Monster hier und hat noch einen LKW abgeschleppt. Wir haben die Rechnung gemacht. Das tut ziemlich weh, Leute. Also ich habe jetzt zwei neue Batterien, einen Reifen und diese ganze Abschleppaktion und hin und her und zurück hat mich einfach mal 3000 Euro gekostet. Das ist eine teure Fahrt gewesen, würde ich behaupten. Aber, was soll ich tun? Es ist halt nun mal so. Ja, was kann ich dazu sagen? Wenn ihr mich supporten wollt, checkt einfach mal in der Beschreibung den Online-Shop-Link aus. Ja, ihr müsst mir kein Geld schicken oder so ein Quatsch, aber ihr könnt mir einfach, ja, vielleicht ein paar T-Shirts oder sowas, keine Ahnung. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich damit auf jeden Fall unterstützen, dass ich die Kohle irgendwie wieder reinkriege. So, und jetzt geht es auf zum Ferropolis, Leute. Ich habe richtig Bock. Jetzt bin ich wieder gut gelaunt. Gestern war ein richtiger Scheißtag. Wahnsinn. Aber auch da, ne, man, wisst ihr, das Leben ist ja wirklich, das ist ja, das ist ja so, wie man es lebt, ne. Und man muss die Situation halt eigentlich immer positiv nehmen. Und aus allem gibt es irgendwas raus. So, ich habe einen super coolen Typen kennengelernt, der macht einen richtig krassen Job. Ihr könnt auch mal bei Instagram schauen, karteck24 heißen, die verlinke ich auch mal unten in der Beschreibung. Ähm, das ist jetzt wirklich Werbung aus Herzenssache, weil der Alex ist wirklich ein krasser Typ. Er macht einen richtig geilen Job und, äh, ja, ist super spannend, was der alles so erlebt. Also, bis gleich auf Ferropolis. Leute, schaut mal. Ferropolis, wir sind da. Oh my fucking goodness. Wir haben es tatsächlich geschafft. Nach gefühlten 870.000 Stunden. Brutal. So, ich, äh, guck jetzt mal, wo der Rest ist. Und dann stellen wir uns da hin. Und dann trinken wir erstmal einen Radler, ne. Ein kühles. Habe ich extra schon in den Kühlschrank gestellt. Zur Feier des Tages. Zur Feier des Tages. Wir sind jetzt hier natürlich angekommen auf dem Ferropolis. Ich, ähm, mache jetzt einfach weiter. Eigentlich kann ich auch pennen gehen, aber das ist egal. Äh, das hier ist so ein bisschen diese Aussteller-Location. Das sieht richtig krass aus, wie das hier oben aussieht. Äh, naja, auf jeden Fall bauen jetzt die Jungs hier gerade ein Zelt auf. Hier steht dann quasi so der Stand von Vans of Germany. Dafür sind wir ja im Auftrag unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen Unterstützung von Frontrunner, meinem Partner. Die haben uns ein Zelt organisiert. Wir haben ein paar Stühle. Das heißt, die Leute, die hier vorbeikommen, können sich halt auch hierhin chillen und hinsetzen und fletzen und machen und tun und einfach ein bisschen abhängen und später dann hoffentlich mit mir zusammen Freibier saufen. Hihi. Ist schon wieder 18 Uhr. Ich muss jetzt gleich meinen Vortrag halten um 18 Uhr. Äh, ja, geht also gleich los. Genau. Den Vortrag, der wird wahrscheinlich zu lang sein. Den werde ich nicht in diesem Video mitposten. Vielleicht mache ich ein kleines extra Video darüber. Ich bin super aufgeregt, weil ich habe gar nichts vorbereitet. Gar nichts. Und ich mache das jetzt alles Freestyle. Ja, wird schon irgendwie witzig werden. Und vielleicht haue ich den auch einfach als Instagram Reel oder so raus. Mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall. Nach dem Vortrag gibt es hier Freibier. Und dann habe ich auch Feierabend. Und dann wird es ein bisschen gefeiert hier. Schön. Und ich war schon immer der Typ, der so ein bisschen sagt, ey, ich muss was Praktisches machen. Ich muss einfach die Dinge selber in die Hand nehmen. 2017 habe ich mir dann die Frage gestellt, es wäre doch eigentlich geil, wenn man eine Inspirationsplattform schaffen könnte, um verschiedene Camper-Van-Typen zusammen zu kriegen. So. Und habe dann einfach eine Instagram-Seite gegründet, die heißt Vans of Germany. Habe dann Vans gerepostet. Also brauchen wir eine Plattform, die wirklich geschaffen ist für uns. Also für die Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das da im Hintergrund war meine Bühne gerade. Ich habe ja gerade meinen sehr gut ausgearbeiteten Vortrag gehalten. Ne, war tatsächlich ganz cool. Hat Spaß gemacht. Morgen halte ich nochmal ein. Und jetzt, Leute, geht es endlich. Freibier, trinken am Vans of Germany stand. Ich freue mich drauf. Leute, ich habe meinen alten Van wieder gefunden. Guck mal. Das ist der Bernd. Geil. Schönes Auto, Leute, ne? Guck mal hier, schönes Auto. So, ein wahnsinnig anstrengender Tag, neigt sich dem Ende zu. Wir haben jetzt da vorne so ein bisschen Setup aufgebaut. Haben ein paar Bierchen getrunken und hören jetzt einfach noch ein bisschen Musik. Chillen ein bisschen. Ja, vielleicht kommen noch ein paar Leute vorbei. Und ansonsten, morgen ist ja auch noch ein Tag, ne? Das wird bestimmt noch mal gut. Morgen habe ich übrigens noch einen Vortrag. Der wird bestimmt genauso katastrophal. Aber, ey, wir kriegen das schon hin. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Good morning in the morning. So. Gestern Abend war extrem witzig. Wir haben eine ganz schön gute Party da gefeiert da unten am Linienbus. Äh, jetzt haben wir kurz vor 12. Um 12 Uhr habe ich wieder einen neuen Vortrag. Äh, mal wieder Freestyle. Hier ist die Gang gerade am Frühstücken. Hallo. Geht's euch gut? Hallo. Sehr gut. Und dir? Alle Kopf? Null, ne? Null. Gar nicht. Null. Null. Und heute Morgen. Boah, Mist. Aber noch ein bisschen schwindelig. Und so. Ja. Also. Ich bereite mich jetzt noch mal vor. Geh noch mal eine Runde kacken. Und dann. Bis gleich. Du musst halt gucken. Okay. Wie gehst du für dein eigenes Leben halt weiter, ne? Wie macht's Sinn für dich selber? Ich meine, es bringt nichts für jemand anders zu leben, wenn du selber nicht glücklich bist. So. Und das ist das größte, größte Gut eigentlich. Du musst dich selber, äh, gern haben. Du musst dich selbst mit dir zufrieden sein. Und erst dann kannst du ja anfangen, auch, ähm, anderen was Gutes zu tun. Und ich will das Leben leben und ich will jeden Tag das machen, worauf ich Lust hab. Und da will ich mich nicht einfach mit jemandem streiten müssen, dass das Haus noch nicht geputzt ist. Da passieren Sachen auf der Baustelle, Leute. Ey, wirklich. Ja. Das sind so, das sind so die Pläne. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig rund um das Thema Freundschaft. Ich glaube, ich hab da immer noch eine Menge Storys zu erzählen und eine Menge Zeug, äh, die wir da so, da so treiben können. Und es macht mir auf jeden Fall Spaß. Der zweite Vortrag ist im Kasten. Ihr möchtet, dass mich reinglaubt hat ein bisschen, ähm, das ist schon schön zu tun. trinken und party gemacht ich habe euch mal so ein paar eindrücke reingehauen so ich bin gar nicht dazu gekommen so richtig über das event zu latschen und so weil irgendwie die ganze zeit hier im stand relativ viel trouble war und ich auch gesundheitlich nicht ganz so fit war wie man es vielleicht immer noch hört es war auf jeden fall trotzdem mega mega cool ich sag jetzt schon mal danke an alle die uns besucht haben und die ja einfach hier uns so eine geile zeit bereitet haben der linie muss im hintergrund der läuft betriebsdruck wird quasi gerade aufgebaut und jetzt heißt daumen drücken dass ich nach hause komme ich melde mich auf jeden fall wenn ich wieder zu hause bin ich hoffe dass ich jetzt einfach gleich in sechs stunden wieder einspringen und sagt alles ist gut und dieser riesen krasse kranke über roadtrip ja er hat dann irgendwie ein ende genommen ein gutes ende hoffentlich also in dem sinne bis später so leute bis die wo ich gerade stehe auf der autobahn und wisst ihr wo ungefähr auf der höhe wo ich auf der hinfahrt schon stand und wisst ihr was passiert bei treiben ist geplant alter da will jemand bus kaufen ich habe bus zu verkaufen da steht oberhalb von eisenach auf der a4 ich war jetzt mit der meike nach hause ihr könnt den bus samt inhalt haben ist mir scheißegal ich habe keinen bock mehr wissen was ich jetzt mache ich ruf jetzt ein alex an ok also polizei ist informiert wegen den reifenteilen auf der straße der alex ist informiert der kug jetzt aber ein reifen bei schleppen kann heute ist natürlich auch sonntag also ich weiß nicht was dazu jetzt sagen soll ja klar bin selbst an schuld ich weiß ist halt ein altes ding alte reifen hätte man vorher neu machen können ist mir alles bewusst habe ich nicht gemacht deswegen heule ich jetzt trotzdem und ja so mal wieder ein stau verursacht so eine scheiße zu bereiten polizei war da hier sind noch ein paar teile die ich abge aufgesammelt habe von der autobahn ja und jetzt warten wir einfach jetzt warten wir auf den lieben alex meike wir machen urlaub nur noch auf den stand streiten ja hier ist auch besser hier ist keine betonen waren hier ist schön meist fällt ich habe mich kurz ein bisschen aufgeregt aber eigentlich hätte ich das gar nicht tun sollen weil ich natürlich komplett selbst an dieser ganzen geschichte schuld bin ja ich hätte nicht mit diesem bus mit diesen alten reifen losfahren dürfen ja das war total dumm und total blääugig ja die einsicht ist da das problem ist das hilft uns jetzt genau gar nichts weil wir stehen hier auf der autobahn die meike ist meine retterin in der not sozusagen ich bin so froh dass sie sich dazu entschieden hat mit mir wieder nach hause zu fahren ja scheinbar hatte sie irgendwie gespürt dass es wieder dumm läuft heute wir haben jetzt auf jeden fall gerade was gegessen ich bin halt des todes im arsch schnupfen noch und werde als net gesünder und das fördert das alles nicht was hier gerade passiert aber der alex von kartek 24 ist unterwegs er hat wieder ein reifen aufgetrieben der plan ist jetzt folgender wir werden diesen reifen hier wechseln dann es ist ein gebrauchter reifen ist hauptsache hauptsache wir kommen von der autobahn runter dann fahren wir das ding nach appolder lassen den bus da stehen ich organisiere neue reifen der alex wechselt die und wenn das erledigt ist dann hole ich den bus wieder ab ja ist halt so ne ich habe mir echt letzte woche ich war saukrank habe eigentlich überlegt gar nicht auf das treffen zu fahren beziehungsweise einfach mit dem krankenwagen auf das treffen zu fahren und den bus zuhause stehen zu lassen weil ich dann auch hätte besser darin schlafen können mehr ruhe hätte bla 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 aber ich wollte natürlich auch allen anderen es irgendwie recht machen und dachte okay wir machen den stand mit fans of germany das ist cool dass der bus da ist es gibt ein bisschen mehr aufmerksamkeit und so weiter irgendwie hatte ich im gefühl dass das dumm ist aber ich habe es trotzdem gemacht und es war dumm ja ich bin aber froh dass ich so geile menschen um mich herum tatsächlich und dürfen die ich nicht verlassen kann und auf die ich zählen kann in solchen situationen ohne meine freunde und bekannte und auch den alex wäre ich gerade komplett im arsch also noch mehr als ich sowieso schon genau also spart euch die kommentare dass es dumm war ich weiß dass es dumm war rettung ist mir schon fast unangenehm muss ich sagen ehrlich gesagt sein kollege ist übrigens schon ein bisschen länger da aber der hat leider kein lkw abschleppzeug dabei da lacht er nur die hunde bellen noch nicht mal die kenne ich schon ganz hervorragend ich habe jetzt ein ersatzreifen drauf ja das ding ist nicht für die ewigkeit ich muss damit jetzt nur noch nach apolda kommen wir fahren jetzt quasi in kolonne wieder zurück zur firma von alex da bleibt der bus dann stehen ja und dann weiß ich nicht wann ich wieder einspringen vielleicht auch heute abend oder morgen früh oder vielleicht auch noch mal der polter keine ahnung ich bin auf jeden fall echt langsam ganz schön durch sage ich euch heute kennt ihr den standort hier wunderschön ich habe jetzt den bus auf den autofriedhof gestellt da würde jetzt würde jetzt sterben nein quatsch alex der passt jetzt ein paar tage gut auf das ding auf ich organisiere neue reifen und dann geht das und maik und ich fahren jetzt nach hause ich bin ich fix und fertig lecker mio morgen früh noch ein paar minuten und dann erzählen wir noch mal zwei drei sachen dazu also in dem sinne danke bis jetzt fürs zuschauen bis neue so ihr lieben hier seht ich habe es geschafft ich bin zurück auf freundschutz paradise heute ist montag ich habe und das ist auch schon ziemlich spät tatsächlich am tag denn heute ging hier schon wieder übel zieht post ab egal ich wollte noch mal kurz zwei worte verlieren zu dem was da passiert ist im video ja wie gesagt es war total dumm mit dem bus loszufahren die reifen hätten auf jeden fall vorher ausgetauscht werden müssen es war mir aber wie gesagt einfach nicht so ganz klar weil ich eben dieser tüv geschichte da vertraut habe für mich bedeutet dass ich habe auf jeden fall dazu gelernt und werde da natürlich in zukunft mehr darauf achten dass man ab einem gewissen baujahr einfach die reifen nicht mehr fährt ja vor allen dingen bei so einem schweren fahrzeug bei so einem großen fahrzeug ich bin halt froh dass aus der sache oder dass ich aus der sache mit einem blauen auge rausgegangen bin und es einfach nur geld kostet und nichts passiert ist sowohl mir als auch anderen nicht ja dafür toi 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 mal wieder vielen vielen dank an meine ganze schutzengel grundsätzlich wollte ich noch eine andere sache ansprechen und zwar habe ich mir letzte woche schon gedanken gemacht auf dem weg zum festival dass ich gerne mit dem bus in den hochwassergebieten also in der eifel helfen würde nicht nur aus generellem sozialen engagement sondern auch weil ich da bekannte und freunde wohnen habe die tatsächlich auf hilfe angewiesen sind und bin tatsächlich da seitdem eigentlich fast jeden tag am rum telefonieren und organisieren und machen und tun das problem ist ich kann nicht einfach jetzt irgendwie stumpf sachen sammeln und dahin schmeißen weil ich von vielen organisationen schon gehört habe dass die einfach so viel zeug da haben das aber gar nicht in die dörfer bekommen weil die probleme gerade ganz woanders liegen als bei klamotten et cetera da wird werkzeug benötigt da wird manpower benötigt und so weiter und so fort ich bekomme natürlich sehr sehr viele nachrichten hey du hast eine große reichweite du musst helfen du kannst helfen wie kannst du helfen bla 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 ich möchte helfen ja definitiv aber ich bin auch nur dominik freund ja auch wenn ich eine große reichweite habe ich kann auch nicht zaubern wie gesagt ich möchte helfen ich möchte den leeren bus dafür nutzen möglichst viele sinnvolle dinge da oben hin zu fahren wenn es soweit ist dafür muss aber der bus erst mal wieder fahren ich bin jetzt heute den halben tag am telefonieren gewesen dass ich so schnell wie möglich reifen bei bekommen dass der bus wieder fährt und ich dann in den nächsten tagen euch hoffentlich mehr dazu sagen kann ob und wie ich der ganzen situation auch noch irgendwie was gutes tun kann wenn ihr wirklich sinnvolle ideen habt oder leute kennt oder firmen kennt aber kein transportmittel zur verfügung steht ich habe ein bus ich habe den führerschein ich habe theoretisch dann hoffentlich wieder sechs neue reifen und kann in naher zukunft auch den bus tatsächlich als transport fahrzeug nutzen um sachen dort hinzufahren wenn es denn sinnvoll ist ja wie gesagt es muss eine sinnvolle strukturierte hilfe da sein es bringt nichts wenn jetzt 1000 leute mit autos dahin fahren weil die sowieso alle überhaupt gar keinen platz haben und gar nicht wissen wo die ganzen autos und das ganze zeug überall hin soll genau wie gesagt ich stehe in kontakt mit menschen die dort in der region leben und wir werden da sicherlich in den nächsten tagen wochen was machen es ist nicht nur so dass die hilfe jetzt gerade benötigt wird sondern sie wird auch noch nachhaltig benötigt in den nächsten wochen monaten wie auch immer das heißt wir werden unseren teil auf jeden fall dazu beitragen denn das geht mir richtig richtig tief ins herz was ich da gesehen habe es tut mir so furchtbar leid was da passiert ist und meine probleme die ich mit dem bus hatte die sind natürlich komplett nichtig im gegensatz zu dem was anderen menschen da widerfahren ist das weiß ich auch ja und dementsprechend möchte ich da auch was tun aber wie gesagt ich kann halt nun mal auch nicht hexen ansonsten kann ich mich natürlich nur bedanken bei all denen die uns auf dem festival besucht haben vielen vielen dank für die coolen gespräche für die tolle zeit tut mir leid dass ich so ein bisschen neben der spur war ein bisschen angeschlagen wenn immer noch krank wie es hört weil ich irgendwie auch einfach nicht zur ruhe komme ja aber so ist das nun meinem leben ich hoffe euch hat das video gefallen kann man das so sagen weiß ich jetzt gar nicht auf jeden fall haut mir gerne mal eure kommentare unten in die kommentarspalte lasst mir einen daumen hoch da und ja genau wenn ihr bock habt mich zu unterstützen damit die karre bald wieder fit ist und damit ich mein finanzielles loch da irgendwie stopfen kann schaut doch gerne bei mir im online shop vorbei ich will keine spenden oder so einen quatsch haben aber ich habe einen online shop ich habe coole produkte und wenn ihr da ein paar sachen bestellt dann ja kommt mir das zugute und später kann ich das natürlich dann auch weitergeben in form von hilfe die ich halt mit dem bus zum beispiel stemmen kann sprit kosten et cetera ist ja auch nicht so dass das alles umsonst ist genau vielen vielen dank an dieser stelle natürlich auch noch mal an alle die die daumen gedrückt haben in meinen instagram stories mir tausend nachrichten geschrieben haben wirklich ihr seid eine geile community danke 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 ja und wir werden uns jetzt erstmal wieder so ein bisschen meiner baustelle hier widmen den baustellen wahnsinn und dann schauen wir mal einfach was die nächsten wochen so bringen ich werde euch natürlich auf dem laufenden halten was den bus anbelangt das reifen wechseln die abholung die dritte abholung dann vom linienbus wieder zurück zu freundes paradise werde ich natürlich auch filmen und für euch festhalten und dann hoffe ich einfach dass ihr weiterhin gesund bleibt und dass es euch gut geht und ja dass wir uns beim nächsten video wieder sehen im sinne lasst mir ein abo da bis zum nächsten mal tschüss mit ö